Moin! Zum Vorspann sozusagen als Einleitung für die Videos, die du hier alle im Folgenden sehen kannst, nur so viel. Mein Name ist Rüdiger Fuchs, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Grube in Ostholstein. Ein kleiner Ort an der Ostsee, mit wunderschöner Natur drumrum. Und als die Corona-Zeiten begannen, sagte eine meiner Töchter, Vater, jetzt musst du mal was auf YouTube für deine Leute machen. So entstand das, hätte ich mir sonst gar nicht zugetraut, sie hat mir dabei geholfen. Danke, Lydia. Noch was zu mir, ich bin evangelisch-lutherischer Christ. Nach dem Konfirmandenunterricht wollte ich eigentlich alles, was mit Glaube, Kirche und so weiter zu tun hat, über Bord werfen, mein Ding machen, bin dabei nicht weit gekommen. Und eines Tages stand eine alte Dame mir im Weg, die sagte, Junge, wenn du den Weg weitergehst, wirst du dich umbringen. Und ja, sie hat mich dazu gebracht, wieder zu beten. Als ich meine ersten Gebete sprach, stellte ich fest, Gott ist da. Ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin für die Liebe geboren. Und wenn ich mal sterben muss, gehe ich nach Hause in die Liebe, die mich geschaffen hat. Ich bin außerdem evangelisch-lutherischer Christ, weil für Luther immer galt, bleib bei deiner Meinung, außer jemand nennt dir Vernunftsgründe und Gründe aus der Bibel, die dich dazu bringen sollten, deine Meinung zu ändern. Und lerne ständig dazu. Und ich wünsche dir, egal ob du glauben kannst oder nicht glauben kannst, dass du durch die kleinen Videos ein bisschen besser leben kannst in dieser Welt und sie vielleicht sogar heller machen kannst. Denn so viele leben heute nach dem Motto, wir wissen nicht, was unser Ziel ist. Das haben wir aus den Augen verloren. Aber dafür haben wir unsere Anstrengung verdoppelt. Ja, das Leben ist anstrengend geworden, wenn man keine gemeinsame Grundlage, kein gemeinsames Ziel mehr hat und jeder macht, was er will. Keiner weiß Bescheid, alle machen mit. Ich wünsche dir, dass es anders geht. Also, Gott segne dich bei den Videos, die du hier sehen kannst. Auf dem Fuchs-Ohr-Kanal.